Lieber Michael, schön dich zu sehen. Yes, danke Bernhard. Michael, dein Fokus, der Fokus deiner Arbeit, den bezeichnen wir Controller als Topline der PML, also das, was oben steht. Das Unfaire ist, du optimierst nur eine Zeile und alle lieben dich dafür. Ich muss 40 Zeilen optimieren und alle ärgern sich über mich. Aber, was du im Endeffekt machst, du schaust, wie Unternehmen mit einem guten Marketing letztlich mehr Umsatz machen können. Aktuell stehen aber die Zeichen bei vielen Unternehmen. Ich weiß nicht, wie du sie erlebst, aber ein bisschen so gerade in der Beratungsbranche, Dienstleistungsbranche, auf Marketingkosten mal ein bisschen vorsichtig. Wie bekämpfst du jetzt das Feuer mit Feuer? Also weniger Geld, aber trotzdem in Marketing investieren, was ja zweifelsohne notwendig ist. Ja, das ist halt das Ding. Marketingkosten lassen sich scheinbar immer relativ einfach abschalten. Man weckt dadurch natürlich im Zweifelsfall einen ganz schönen Teufelskreis. Weil, ja, also auf jeden Fall, ich kriege das auch mit. Viele Unternehmen, die deutlich mehr mit dem Rücken zur Wand stehen, viele, die sich bei uns melden und sagen, ey, wenn wir das jetzt nicht irgendwie in den nächsten paar Monaten hier irgendwie rumgerissen kriegen, das Ruder, dann können wir den Laden dicht machen. Das ist schon auf jeden Fall krass. Immer mehr Leute, die ihre Jobs verlieren. Das merke ich zum Beispiel daran, dass sich immer mehr Leute bei uns bewerben und die dann solche Storys erzählen. Ja, und am Ende, glaube ich, muss man eben kein buntes Bildchenmarketing machen. Ja, buntes Bildchenmarketing, erstmal Ewigkeiten, monatelang, wochenlang irgendwie dafür vergeuden, erstmal eine Positionierung auszuarbeiten, Value Statements auszuarbeiten. All das ganze bunte Bildchenmarketing, das kannst du on the go auch machen, wenn du Marketing machst, das von Anfang an dafür designt ist, die Verkaufspipeline zu füllen. Und das sozusagen einerseits inhaltlich exzellent und gleichzeitig psychologisch Conversion-optimiert ist. Und dann muss es auch gar nicht komplex und besonders teuer sein. Natürlich, man muss sich auch leisten können, irgendwie natürlich in die Sichtbarkeit gehen zu können und dafür auch ein bisschen was zu investieren. Aber am Ende, ja, buntes Bildchenmarketing ist tot. Und Conversion-optimiertes Marketing, glaube ich, ist so wichtig wie nie zuvor. Stimme zu. Und das ist aber auch die Angst, die viele haben. Also vielfach bewerben ja noch Marketing, du musst erstmal deinen Ideal-Customer-Statement machen und so weiter. Und die Zeit bleibt halt gerade nicht. Und außerdem ist es auch für viele so, dass ich mir denke, ich will loslegen. Ja, es ist natürlich total wichtig zu wissen, wer ist mein ICP, welches exakte Problem, welchen Engpass löse ich für meine Kunden, wo kann ich bei helfen, wem helfe ich wie am liebsten und am besten. Das ist total wichtig. Nur das Geile ist, man kann es halt auch mit den Schritten sozusagen gleichzeitig erarbeiten, während du halt schon anfängst, sozusagen die Burg zu erstürmen, weißt du. Die Intellektuellen sitzen noch da und machen sich über die Strategie Gedanken, während die Bauern halt die Burg schon erstürmt haben. Und das ist halt genau das Mindset, glaube ich, was man jetzt dann irgendwie an den Tag legen darf. Let's be Farmers. Genau. Die Angst ist ja, und die haben ja nicht nur wir Kontrolle, die haben ja viele beim Marketing. Ich meine, du kennst deine Branche, du bist ja ein ehrenwerter Vertreter deiner Gilde, aber es gibt natürlich auch viel Bullshit da draußen im Bereich, so 94, 95, 97 Erstgespräche, High-Tickets ohne Ende und so weiter. Und die Angst beim Marketing liegt ja immer auch bei den Marketingkosten beim berühmten Return on Investment. Wir wissen ja, die ganze Welt hat Hormosi gelesen und man weiß ja, der Customer Lifetime Value muss irgendwie fünfmal die Acquisition Cost sein für Agenturen SaaS und so weiter und vielleicht noch viel mehr. Unabhängig davon, ob das jetzt der richtige Weg ist, das zu bewerten. Mich interessiert, Michael, was ist denn deine magische Formel, wie du jetzt quasi den Return on Investment bei Sales und Marketing messen würdest und definieren würdest? Wann ist er gut? Ja, also so diese Zahl von drei, vier oder fünfmal den Return sozusagen auf den, entweder auf die Customer Acquisition Cost oder auf den, also als ROAS, als Return on Ads Spend, wenn man jetzt zum Beispiel rein beim Ads Game bleibt, das macht, das macht, denke ich, schon total Sinn. Und das kann man auch erreichen, das kann man erreichen. Wichtig ist natürlich zu verstehen, man erreicht es in der Regel nicht ab Tag zwei und auch nicht ab Woche zwei, wenn man jetzt zum Beispiel einen Funnel oder eine Kampagne einschaltet. Sondern es ist super wichtig zu optimieren, immer schön Woche für Woche, Tag für Tag, Engpass konzentriert zu gucken, wo ist jetzt gerade der Conversion Abbruch, wo sind irgendwie die Zahlen noch nicht so, wie ich sie brauche. Und wenn man dann eben eine Kombination fährt aus Performance plus Content Marketing, ja und da irgendwie alles an Kosten in einen Topf wirft, seien es jetzt die Ads Kosten und vielleicht auch noch die Kosten, die ich dann auch noch für irgendwelche Tools oder auch meine Content Mitarbeiter oder sowas habe, ja, dann würde ich es auch ungefähr so berechnen, dass ich dann halt gucke, was kostet mich das halt einen neuen Kunden zu gewinnen, Customer Acquisition Cost. Und was ist ein Lifetime Value dieses Kundens für mich, am besten in Bruttomarge berechnet? Gefällt mir. Ja. Und wenn das Spiel aufgeht und das erstmal profitabel ist, dann ist es natürlich erstmal gut, ne? Dann ist es erstmal gut. Dann kann man die Multiplikationszahl auch noch erhöhen. Ich meine, lustigerweise, du sagst was Richtiges, dieses Geduldsspiel sozusagen. Wir haben recht, oder früh oder spät, weiß ich nicht, zumindest früh in unserer Unternehmensgeschichte mit klassischem Content begonnen, also Blockchain. Und ich habe mir so nach zwei Monaten gedacht, das bringt überhaupt nichts, liegt keine Sau und so weiter und habe tatsächlich gemerkt, das dauert halt seine Zeit, aber dann ist es eine Quelle. Und das ist jetzt auch so meine nächste Frage an dich. Das ist auch so die Herausforderung, glaube ich, von Menschen, die Marketing verantworten oder jetzt ein klassisches KMU, jetzt nicht so ein Marketing Department, die Geduldsfrage. Und ab wann merkt man, dass eine Maßnahme greift oder nicht greift? Weil das, was Leute falsch denken, aus meiner Sicht, im Marketing ist immer dieses, jetzt habe ich da was investiert, jetzt muss das ja funktionieren. Ab wann merkst du denn, hast du so Signale, wo du merkst, okay, jetzt haben wir die Maßnahme probiert, weil es ist ja viel Testing. Ab wann klappt es, wann merkt man wirklich, es tut sich da nichts, wir müssen das Game verändern. Also du musst halt in Stufen und in Bausteinen denken, die du aufeinander stackst, wie so Lego-Bausteine. Und dann kannst du ja für jeden dieser Stufen, kannst du dir überlegen, was ist jetzt hier eine Metrik, die mir zeigt, dass hier was passiert. Weil, wie gesagt, das gesamte Gebäude, das wird noch nicht ab Tag 1 profitabel für dich laufen. Aber du kannst natürlich zum Beispiel, nehmen wir an, du, was ist jetzt in deinem Fall? Also du hast da deinen Blog und da veröffentlichst du Content. Wertvollen, hilfreichen, nützlichen Content für deine Zielgruppe. So, den kannst du jetzt einerseits natürlich organisch SEO optimieren, dass das schön irgendwie Google-Traffic bei dir landet. Und was du aber auch wunderbar machen kannst, erste simple Maßnahme dazu wäre, diesen Blog-Beitrag jetzt wiederum auch über bezahlte Werbeanzeigen, noch mehr Leuten aus deiner exakten Zielgruppe jeden Tag anzuzeigen. Das heißt, du hast in diesem Fall dann ja schon zwei Traffic-Quellen auf deinen Blog-Beitrag drauf. Und jetzt machst du aus dem Blog-Beitrag heraus ein weiterführendes Stück Content, aka Lead-Magnet, Freebie, wie auch immer du es nennen möchtest, was auch wieder hilfreicher, wertvoller, nützlicher Content zu genau dem Thema sein muss natürlich, wozu die Leute auf diesen Blog-Beitrag zu dir gekommen sind, wo du ihnen noch weitere Hilfestellungen, Praxistools, was auch immer mit an die Hand gibst, sodass sie dieses Problem, worum es in diesem Blog-Beitrag geht, schon ein Stück weit für sich selbst lösen können. Und schon hast du ja erst einen kleinen Funnel stehen. Und jetzt sitzt du halt nicht da und sagst, aber jetzt irgendwie kauft da jetzt keiner bei mir, sondern du guckst dir jetzt genau jeden einzelnen dieser Bausteine an. Du guckst jetzt auf der SEO-Seite, wie gut rankt das Ding? Was kannst du da noch SEO optimieren? Wie viel Traffic kommt da jeden Tag an? Von all den Suchanfragen auf dieses Keyword, worauf der Artikel optimiert ist, wie viele von den Suchanfragen klicken auf deinen Artikel, landen bei dir, ja? Natürlich, auf welcher Position. Im Optimalfall willst du auf Rang 0 oder 1 bei Google ranken. So, kannst du hinkriegen. Dann hast du ja deine Ads noch dazu geschaltet. Da guckst du halt, wie hoch ist die Click-Through-Rate? Wie ist die Traffic-Qualität der Leute? Ist das deine exakte Zielgruppe, die da bei dir ankommt? Wie viele Klicks kommen da pro Tag über deine Ads auf deinen Artikel? Wie hoch ist dein Kost per Klick beispielsweise? Wie hoch ist dein CPM? Etc. Zack, optimierst du diesen Baustein. Dann nehmen wir uns den Artikel. Dort optimierst du dann schön die Conversion-Rate. Also, du guckst dir an, wie viele von den Leuten, die auf deinen Artikel gekommen sind aus deiner beiden Traffic-Quellen, wie viele von denen konvertieren dann in deinen Lead-Magnet rein, in deinen Freebie rein. Wie lange bleiben sie überhaupt auf dem Artikel? Lesen sie sich das Ding überhaupt durch oder sind sie nach einer Sekunde wieder weg? Ja, da kannst du an der Content-Qualität drehen. Du kannst auch hier wieder das Ganze inhaltlich exzellent machen, fachlich inhaltlich exzellent, gleichzeitig schön psychologisch Conversion optimieren, sodass du mehr Leute dann dazu bekommst, sich als Leads in Anführungszeichen dann bei dir anzumelden und sich dein Freebie, dein PDF runterzuladen aus dem Artikel heraus. Dann geht es natürlich weiter. Nur weil du jetzt da so ein paar Anmeldungen für dein PDF hast, heißt das auch noch lange nicht, dass die Leute morgen bei dir anklopfen, sagen, schönen guten Tag Bernhard, ich will jetzt gerne bei dir kaufen. Nein, das sind jetzt erstmal grüne Bananen für dich. Das ist super, dass du diesen Zielgruppenbesitz schon mal für dich aufbaust und mit nach Hause nimmst. Die grünen Bananen legst du schon mal bei dir zu Hause auf den Tisch. Allerdings sind die halt noch nicht reif. Das heißt, jetzt geht es halt darum, aus diesen grünen Bananen reife Bananen zu machen. Das kannst du machen, kannst jetzt aus deinem E-Mail-Verteiler heraus, wo du die Leute jetzt da drin hast, was perfekt für dich ist, kannst du jetzt zum Beispiel gutes E-Mail-Marketing machen. Ja, also auch hier wieder nützlicher, hilfreicher, wertvoller Content zu genau dem Thema, wofür die Leute sich bei dir eingetragen haben. Darüber baust du Vertrauen, Beziehung und Nachfrage bei den Leuten auf. Was sich in dem Fall auch perfekt, gerade auch für euren Case, eignen würde, dann auch mal ein Webinar hinterher zu schalten. Also wirklich mal ein Webinar zu veranstalten und die Leute aus deinem E-Mail-Verteiler heraus, deine grünen Bananen zum Webinar einzuladen. Und Webinare sind beispielsweise einer der absolut besten und skalierbarsten Methodiken, um aus grünen reife Bananen zu machen. Und man muss bei einem Webinar schon sehr viel verkehrt machen. Absolut, ja. Insbesondere, wenn man halt die vier großen Webinar-Conversions im Griff hat und da die Stellschräubchen richtig gedreht hat, dass man aus einem Webinar heraus nicht auch gute Verkaufsgelegenheiten bekommen kann. Und ja, so hätten wir jetzt in diesem Beispiel hier einen kleinen Funnel schon mal für dich zusammengebaut, der so oder so ähnlich auch in der Realität sehr gut funktionieren kann. Und der eben dafür sorgt, dass Leute, die dich jetzt noch gar nicht kennen, mit der Zeit zu grünen Bananen und dann zu reifen Bananen für dich werden und dann sich daraus eben gute Verkaufsgelegenheiten für dich ergeben. Und der Nummer 1 Job, den Marketing eben leisten muss. You People, falls noch irgendwer in Frage gestellt hat, dass wir hier mit einem seriösen Marketing-Menschen sprechen, der weiß, was er tut. Wir haben gerade aus einem Blogbeitrag, und lustigerweise ist das die Journey, für die wir, kann ich euch offen sagen, dreieinhalb Jahre gebraucht haben, das zu verstehen, dass auf einem Blogbeitrag etwas folgen muss, womit man weiterarbeitet. Und dann Webinare, und du stimmst, ich stimme dir völlig zu, unsere Webinare mittlerweile, da kommen 30 Leute und 18 machen weiter. Und damit bin ich glücklich. Ja, das ist eine gute Quote. Aber ihr habt es jetzt gerade gesehen, wir haben aus einem Blogbeitrag, oder der Michael hat aus einem Blogbeitrag eine Journey gemacht, die sofort umsetzbar ist. Die Erstellung eines Blogbeitrags ist nicht das große Ding, aber das ist genau die Kunst des modernen Marketings. Chapeau und danke für diese Free-Beratung, die du hier hast. Ja, gerne, gerne. Und was halt jetzt, jetzt ist ja die Frage, warum funktioniert das so oder so ähnlich halt häufig nicht? Das liegt daran, weil viele Unternehmen oder Marketingleute in Unternehmen eher dann Flickenteppich-Aktionen machen im Marketing. Also weil sie halt eben nicht das fein säuberlich von oben bis unten, wie so ein Schweizer Uhrwerk, die Zahnrädchen alle ineinander greifen lassen, auf das exakt selbe Thema das Ganze abstimmen, auf die exakt selbe Zielgruppe, auf das exakt selbe Problem, auf die exakt selbe Zielpersona, schön sauber, fein säuberlich die Bausteine übereinander legen, sondern weil sie eben zum Beispiel hier einfach mal ein Webinar machen, da mal ein bisschen E-Mail-Marketing machen, da mal einen Blogbeitrag veröffentlichen, aber das halt alles nicht ineinander greifen. Das ist halt, das ist eigentlich der einzige Gamechanger. Das ist der einzige, aber größte Hebel. Fantastic. Grüne Bananen gibt es in der Softwareentwicklung übrigens auch, wenn du einen Release raushaust, das kennst du von früher, der berühmte Bananen-Release, der beim Kunden reift. Den machen wir auch noch. Google, sehr bekannt dafür. Ja, genau. Jetzt aber Innenschau. Ich meine, jetzt haben wir ja unfassbar gelernt, wie das Unternehmen machen, aber jetzt schauen wir mal in dein Unternehmen rein. Ich meine, du bist ja nicht nur, du hilfst ja nicht nur anderen Unternehmen im Marketing, du bist ja selber Owner einer tatsächlich ordentlich gewachsenen Agentur, aus gutem Grund, wie wir gerade gesehen haben, der letzten Jahre. Wie stellst du denn in deiner Agentur sicher, dass der Schuster nicht die kaputtesten Schuhe hat im Marketing? Ja, also wir bei X-Hour, wir machen das so, dass wir das, was wir bauen, das, was wir für uns und für unsere Kunden bauen, eigentlich wie in der Softwareentwicklung bauen. Ich komme ja, wie gesagt, aus der Softwareentwicklung und habe da auch die Produkte natürlich immer in Version nach Version, Feature nach Feature sozusagen gebaut. Und genauso machen wir es jetzt hier auch. Wir arbeiten zum Beispiel auch in Sprints, wo wir jede Woche dann eine weitere Iterationsstufe, ein weiteres inkrementelle Version unseres Produktes sozusagen weiterentwickeln. Und das, was wir dann nachher mit unseren Kunden machen, bauen wir erstmal für uns, testen das für uns, gucken, ob das Ganze bei uns funktioniert. Wenn es bei uns funktioniert, shippen wir das in der ersten Beta-Version beispielsweise an die ersten paar Kunden. So haben wir jetzt zum Beispiel hier diese Woche auch eine Beta-Version für ein neues Produkt von uns gelauncht. Wir gucken jetzt, ob das nicht nur für uns funktioniert, sondern auch für die ersten zehn Beta-Kunden. Und dann werden wir da natürlich auch weiter lernen und uns von da aus wieder weiter optimieren. Das ist natürlich auch der Deal mit den Beta-Kunden, von diesen dann auch Feedback zu bekommen. Und dann werden wir es in der nächsten Version oder in der Vollversion, könnte man sagen, dann auch an all unsere Kunden ausrollen. Und so entwickeln wir im Prinzip die Marketing-Systematik, die halt sehr abgestimmt ist auf Unternehmen im tiefsten B2B, mit Long-Sales-Cycle, Hoch-Premium-Zielgruppen. Entwickeln wir das Produkt immer weiter, die einzelnen Bausteine sozusagen entwickeln wir immer weiter und dann shippen wir sie erstmal für uns, testen sie, dann für die ersten paar Kunden und dann für all unsere Kunden. Und so stellen wir sicher, dass wir im Prinzip für alle immer das Gleiche machen. Fantastisch. Also bitte, liebe Marketing-Owner da draußen, Agentur-Owner, so macht man das heutzutage. So steuert man eine Agentur. Fantastisch, beeindruckend. Wir kommen zum Abschluss, lieber Michael. Es wird kaum, also wenn jetzt noch jemand nicht ready ist, sein Marketing, sein Performance- und Content-Marketing auszubauen, dann ist dieser Person aus meiner Sicht gar nicht mehr zu helfen. Aber jetzt, was eher passieren wird nach unserem Interview, zu heißen, passt, ich möchte loslegen. Michael, bitte gib uns noch drei Sachen vielleicht oder zwei, egal. Was hast du, wenn ich sage, ich möchte jetzt loslegen, um beim Marketing ROI-optimiert loszutreten oder zu verbessern? Was willst du tun? Wir gehen jetzt schon von genau solchen Unternehmen im tiefen B2B aus. Ist das richtig? Ja. Gut. Und jetzt von Null starten? Sagen wir bei, so, ich habe ein bisschen Block, ich habe ein bisschen das, aber ich habe noch diesen Flecken wippig. Ich habe ein bisschen was gemacht, aber irgendwie zieht es noch nicht. Ich möchte jetzt mehr machen. Mhm. Gut. Also, natürlich ist die dankbarste Plattform, um loszulegen, ist halt nun mal LinkedIn im B2B. Ist halt einfach so. Da läuft die Zielgruppe rum, da sind die Leute unterwegs. Da kann man eben eine perfekte Kombination aus Content und Performance-Marketing, machen und es sehr schön miteinander verbinden. Version 1 ist natürlich erstmal einfach regelmäßig schön, ein bisschen Content auf LinkedIn zu veröffentlichen, vom persönlichen Profil, regelmäßig Leute aus der exakten Zielgruppe hinzuzufügen, ins Netzwerk hinzuzufügen, organischen Content erstmal zu veröffentlichen. Da gibt es natürlich auch, können wir darunter verlinken, Posting-Schablonen und so, die man sich da bei uns auch for free runterladen kann. Dann kann man genau sehen, wie baut man solche Postings auf, wie macht man das, dass die eben eine gute organische Reichweite bekommen können. Und das ist mal so der erste Start, ne? Das ist so die ganz grundlegende Grundschule, würde ich sagen. Kann ich heute machen, kann ich jetzt loslegen, ne? Sofort, ja. Weil das Schöne ist ja, auf LinkedIn ist die organische Reichweite im Vergleich zu anderen Social Networks noch okay-isch gut, ne? Das ist das Ding. Fantastisch. Übrigens, kleines Geheimnis für unsere Zuhörer. Michael und ich sind genauso zusammengekommen. Eine Suche meiner potenziellen Zielgruppe hat mich zu Michael gebracht. Michael hat den Spieß als guter alter Marketer umgedreht, hat mir was zum Download angeboten und mein Return war, machen wir ein Interview dazu. So entstehen nicht nur Freundschaften, sondern Businessbeziehungen und so kommt man weiter. Social Selling ist Social und so ist ein Weg, wie es funktionieren kann. Genau, das ist halt ganz wichtig, ne? Also alle, die jetzt sozusagen diese Abkürzung gehen wollen und sagen, hey, ja, dann nehme ich hier eine von diesen Bot-Tools für LinkedIn Direct Outreach oder irgendeine KI, die dann hier unter, die in meinem Namen unter irgendwelche Postings irgendeinen generischen Blödsinn kommentiert, das ist halt dann nicht mehr Social, ne? Das ist dann halt, damit verbrennt es. Das machst du halt Brand Damage ohne Ende. Ja, das wollen wir nicht. Sehr schön. Lieber Michael, ich glaube, wir haben eine unfassbare Menge an Content in dieser kurzen Zeit hier reingebracht. Krass, ja. Danke dir vielmals. Das war es auch schon. Hast du noch Famous Last Words, die du an uns richten willst? Ich glaube, es ist alles gesagt, Bernhard. Und wie gesagt, wenn jetzt irgendwer sagt, ey, lass mal mit dem Assauer quatschen, einfach auf LinkedIn Michael Assauer eintippen, Hallo sagen und dann bin ich auch mal gespannt zu sehen, wer hier so alles zuschaut und zusieht. Das machen wir. Vielen Dank, liebe Leute. Das waren die nackten Zahlen mit dem wunderbaren Michael Assauer. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Ciao. Danke dir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020